Utthita Parishwa Sahitasana ist die Beinstreckung zur Seite im Stehen. Utthita Stehen, Parishwa heißt hier zur Seite und Sahitasana hat hier etwas mit Strecken zu tun. Ausgangsposition ist die aufgerichtete Stehhaltung oder entspannte Stehhaltung. Von hier beuge ein Knie, zum Beispiel das linke Knie und fasse mit der linken Hand an den Fuß. Dann strecke das Bein zur Seite aus und gib das Bein eben zur Seite, so weit wie du kannst. Wenn du kannst, halte das Bein gestreckt. Den rechten Arm kannst du entweder zur Seite ausstrecken oder die Hand an die Hüfte geben und dann schaue nach rechts. Und so hast du eine Vorwärtsbeuge, eine Drehübung, eine Stehhaltung und eine Gleichgewichtsübung.